Hallo! Wir sind gut in Italien angekommen und ich dachte mir, ich zeige euch mal meine, also unsere Ferienwohnung. Wir haben ein ganzes Haus zu zweit und es ist wirklich sehr schön und ich zeige euch jetzt ein paar Räume. Hier ist das Schlafzimmer, wo wir übernachten. Mit so einem Schrank, da bin ich. Hallo! Und da sind unsere Anziehsachen. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist der schöner Fußboden, Koffer, hier ist der Flur. Hier stehen die Schuhe. Hier eine schöne Vase. Hier ist das Bad. Das ist auch sehr, sehr schön. Ich gehe mal rein. Wir haben hier eine Wanne, Waschbecken, Toilette und hier stehen die ganzen Kosmetik und Pflegesachen. Dazu habe ich euch auch ein Video gemacht, was ich da alles mitgenommen habe. Und dann geht es weiter hoch. Ich nehme euch mit in die Küche. Hier ist die Terrasse Nummer eins. Und dann ist hier die Küche. Sehr schön, wie ich finde, sehr gemütlich. Hier kann man sitzen. Das möchte ich heute kochen. Ja, hier ist sie und das ist die zweite Terrasse. Hier, die stehen liegen. Und es ist sehr schön, sehr groß. Und der Ausblick ist auch super toll. Ganz da hinten ist das Meer. Sieht man kaum. Ja, das war's. Das war unsere Wohnung. Ich zeige euch noch, was wir heute eingekauft haben. Der Supermarkt ist super schön hier. Und wir haben ganz leckere italienische Köstlichkeiten gekauft. Einmal solche Ravioli à la Genovese. Knoblauch natürlich, Mozzarella, Tomaten, Parmesan. Solche Cressinis. Natürlich Nudeln. Einmal Tagliatelle. Und diese Runden. Hackfleisch. Und noch ein Brot. Und ja. Und da oben ist Porto Maurizio. Da waren wir gerade. Und sind ein bisschen runtergelaufen. Da oben war ein Markt. Haben wir ein paar Sachen gekauft. Und jetzt sind wir hier an. Das ist schon klar, dass man die Kamera langsam bewegen muss, ne? So schreiben wir das mal. So kapiertierst. Was macht der da? Macht der löscht? Wo wird Löschwasser? Die brennt's wahrscheinlich irgendwo. Oder der übt nur. Fremdhaus wieder da unten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Da unten seht ihr Monaco. Da unten seht ihr Monaco.